Grüß Gott, meine lieben Leute da draußen. Ich bin der Jovi. Heute sind wir im Hausplatz und heute ist der Nachbarschaftstag und wir wollen heute den Leuten ein paar Fragen stellen. Wie geht es dir so? Mir geht es gut. Wie gefällt dir das Fest so? Das Fest ist schön. Ich war auch voriges Jahr hier und sehr schön, ja. Wie lange lebst du schon in Wien? Sieben Jahre. Darfst du wählen? Nein, weil ich habe keine österreichischen Stadtsbürgerschaft. Was glaubst du, wie viele Prozent der über 16-Jährigen in Wien dürfen nicht wählen? 24 Prozent. Von wo weißt du das? Ja, ich weiß es. Das ist einfach so aus dem Kopf gekommen, so schnell. Von wo? Ich habe von der Schule gelernt. Oh, passt gut auf. Viel Spaß noch beim Thyssen spielen und weiter so. Wie lange leben Sie schon in Wien? In Wien? Seit vier Jahren. Okay. Darfst du wählen? Ja, für den Bezirk. Also, würdest du gerne wählen? Ja, ich würde sehr gerne wählen. Mehr als nur für den Bezirk. Okay. Vielen Dank für das Interview. Auf Wiedersehen. Ja, danke. Wie lange leben Sie schon in Wien? Mein ganzes Leben. Tun Sie wählen? Wählen? Ja, wählen. Äh, meistens. Und wie gefällt Ihnen das, äh, das Feste? Es ist sehr nett. Ich bin nach Zufall hergekommen und sehr nett, dass alle zusammenkommen. Hallo, kleiner Mann. Hallo. Hallo. Einen schönen guten Tag. Einen schönen guten Tag, und viel Spaß und alles Gute. Danke Ihnen. Wie gefällt Ihnen so der Fest? Mir gefällt es gut. Gut? Alles okay? Alles okay. Schön? Schön. Schönes Wetter heute. Genau. Alles chillig. Okay, dann viel Spaß noch. Wie heißt du? Angelo? Ja. Okay. Wie alt bist du? Ja. Gehst du noch in den Kindergarten? Ja. Wie lange lebst du schon in Wien? Circa 15 Jahre. Darfst du wählen? Ja, ich darf wählen. Würdest du gerne wählen? Ich wähle gerne, ja. Was glaubst du, wie viel Prozent der über 16-Jährigen in Wien nicht wählen dürfen? Da wir uns sehr viel mit dem Thema beschäftigen, kann ich sagen, dass es 24 Prozent der Bevölkerung sind, die in Wien nicht wählen dürfen von den Wahlberechtigten. Ein Viertel der Leute, die in Wien leben und arbeiten und Steuern zahlen, dürfen leider nicht wählen. Dankeschön. So, die Firma Spar hat hier was zum Essen gespendet. Die Familie Mauridis und die Kinder auch und die Menschen, da, was hier im Park kommt, die haben da was zum Essen gebracht und alle was Leckeres. Könnt ihr ruhig schauen, was da gibt's. Äpfel, Karotten, Bananen, Brot, Säfte, alles was ihr wollt. Anmeldung für Ringgalt-Turnier und ich glaube, ich melde mich auch jetzt an. Und ja, schauen wir mal, wer gewinnt. Wir zwei möchten uns auch anmelden. Okay, dann sagst du mir mal euren Namen. Jo, wie? J, J, O, Vogelfahr, I. Und er heißt, er heißt Leon. Leon. Ja. Okay, danke. Eingemeldet. Ich bin fertig. Denny. 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 Tschüss!